Ja, auch ihre Schwester Patricia hat sich dazu geäußert. Wir wollen einmal kurz gemeinsam reinhören. Es ist für uns nichts Neues. Angelo hat schon von halbes Jahr angekündigt, dass er geht. Wir wünschen ihm auch viel Erfolg mit seinen Projekten und er ist jederzeit herzlich willkommen zurück zu der Kelly Family. Wir machen weiter. Wir haben große Pläne und wir haben große Lust und das war eine unfassbare Zeit. Die letzten drei Jahren 99 Konzerte, Arenen Shows ausverkauft in sieben Ländern Europas. Also der Wahnsinn und wir machen weiter und wir freuen uns sehr, sehr auf die Fans. Aber erstmal eine kleine Urlaub. Wir brauchen eine Pause, einen kleinen Urlaub und dann geht es weiter.